Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer auf dem neuen Kanal von mir, dem Kanal DJ BNY Reloaded. Und hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer auf dem alten Kanal, dem Kanal DJ BNY. Ja, wie ihr mit Sicherheit schon mitbekommen habt durch meinen Trailer, ich zeige euch den mal ganz kurz, wir gehen mal auf YouTube. Wie ihr mit Sicherheit schon mitbekommen habt, steht ein Kanalwechsel an jetzt zum 25.02. auf den neuen Kanal DJ BNY Reloaded. Und das hat natürlich auch folgende Gründe. Einerseits möchte ich so ein bisschen mit den Altlasten abschließen, andererseits möchte ich euch auch so ein bisschen neuen Content bieten. Also ich möchte halt nicht nur Spiele machen, ich möchte nicht nur Musik machen. Ich möchte das natürlich alles noch so ein bisschen weiter ausbauen. Mehr Spielserien, mehr Musikvideos, mehr Tutorials, mehr Spiele- und Produkttests. Ich möchte wieder an den Downloads weiterarbeiten, an Bumcraft. Aber es kommt auch sowas dazu, wie zum Beispiel Comedy, eine eigene Windows 8 Kurztipp-Serie und natürlich noch vieles mehr, wie ihr hier natürlich auch im Trailer sehen könnt. Und das Ganze hat aber auch noch so ein paar andere Gründe. Ich vollziehe jetzt einen kompletten Neustart. Ganz einfach, weil mir das auch so ein bisschen auf die Eier geht, dass mir im Juli letzten Jahres das zweite Mal ein Google AdSense Account gesperrt wurde. Aufgrund angeblicher ungültiger Klicks, was natürlich so überhaupt nicht stimmte. Ich konnte es aber bei YouTube niemals widerlegen und von daher war mir das auch relativ Wurst. Und es ist zwar schade, dass ich so diese 1374 Abonnenten vorerst verliere und diese 359.000 Videoaufrufe. Aber das ist mir völlig egal. Das interessiert mich nicht. Ich möchte einfach auch mit einem neuen Kanal noch einen ganz, ganz anderen Zuschauerstamm aufbauen können. Ich möchte die Chance auf eine YouTube Partnerschaft nutzen können, indem ich dieses Mal einfach kein Google AdSense Konto einrichte und mich da über ein Partnernetzwerk partnern lasse, wo ich momentan Anwärter bin. Falls ihr den Namen wissen wollt, sage ich euch das gerne, aber so hier jetzt im Video nicht, weil ihr könnt ja nachfragen. Naja und durch diese Partnerschaft möchte ich halt auch noch so einige Vorteile nutzen, wie zum Beispiel die ganzen Partnerfeatures bei YouTube oder auch halt einfach die Möglichkeiten noch viel größeren, noch einen viel größeren, ich sag mal Kundenstamm zu erreichen. Weil im Grunde genommen bin ich ja auch so eine Art Dienstleister. Ich mache Videos und ihr schaut sie euch an. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit umzieht auf den neuen Kanal. Ich freue mich sehr, wenn ihr schon mit umgezogen seid. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie ihr den neuen Kanal findet. Wartet mal. Da ist es. So. Wir sind hier nämlich im Internet Explorer. Den nutze ich auch hin und wieder mal. Hier ist der neue Kanal. DJ B&Y Reloaded. Erkennt ihr auch an dem kleinen Plus. YouTube.com slash DJ B&Y Reloaded. Einfach alles klein und zusammengeschrieben. Ist klar. Und dort könnt ihr mich natürlich. Oh, ich habe 100 Abonnenten. Ihr könnt mich abonnieren. Und dort werdet ihr dann ab Montag auch neue Videos entdecken, wie zum Beispiel Minecraft oder auch andere Videos. Ich kann euch das mal eben kurz zeigen. Dafür solltet ihr einfach. Ich muss mal kurz gucken. Wo sehe ich denn eigentlich meine Kamera? Ach so. Da. Ne. Da. 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 In die Richtung. Ich weiß es gar nicht, in welcher Richtung ihr das eingeblendet seht. Da findet ihr gleich so einige Beispiele eingeblendet, wie zum Beispiel Final Fantasy 6. Ist ein Klassiker vom Super Nintendo. Werden wir mit Sicherheit zocken. Weil ich wollte auch mehr alte Titel wieder mit reinnehmen. So wie auf dem allerersten Kanal. Da habe ich damals Donkey Kong Country 3 gezockt vom Super Nintendo. Ich wollte zum Beispiel auch vielleicht den ersten Teil von Final Fantasy 13 anzocken. Könnt ihr auch sehen. Oder auch den Mehrspieler-Modus von Assassin's Creed 3. Oder gar... Können wir ja mal gucken. Muss ich mal eben hier alle Fenster schließen. Hier, Jana Sisters Twisted Dreams ist die Fortsetzung von The Great Jana Sisters vom Commodore 64. War damals ein Super Mario-Abklatsch. Ist unter Kennerkreisen ziemlich bekannt gewesen. Aber letztendlich lange nicht so bekannt wie das Original aus Japan. Oder wir zocken auch den Assassin's Creed 3 Multiplayer-Modus. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Oder Sonic Generations oder irgendeinen anderen Titel. Ihr seht es hier in der Übersicht oder da in der Übersicht. Keine Ahnung. Ist auch schon spät. Also nehmt mir das nicht übel. Und ich muss auch in viereinhalb Stunden muss ich schon wieder aufstehen. Also von daher... Ja. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit wechselt. Und dann auch einfach mal hin und wieder zum Beispiel auf meine Facebook-Seite schaut. Ich kann euch da hier mal eben kurz zeigen. Also ihr geht einfach entweder auf meinen neuen Kanal hier auf den Link DJ BNY auf Facebook. Oder gebt bei euch ein fb.com slash djbny.de Seht ihr, das ist meine Facebook-Seite. Wird demnächst auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Und ja... Ist auf jeden Fall ganz interessant, da mal reinzuschauen. Hier habt ihr auch immer die aktuellen Umfragen und sowas. Und da werdet ihr halt auch immer sofort informiert, wenn es was Neues gibt. Zum Beispiel diese beiden Videos, die aus Langeweile entstanden sind. Und ja... Oder ihr besucht auch einfach meine Website. Die könnt ihr euch auch an die Taskleiste anheften. Es ist die Website djbny.com, die jetzt momentan zum aktuellen Zeitpunkt noch in Bearbeitung ist. Aber ich werde halt gucken, dass ich die bis Montag noch fertig kriege. Und wenn ich es nicht ganz schaffe... Wie gesagt, es ist ja jetzt viel Zeit. Und dann werden wir mal gucken. Also hier seht ihr dann auch die Spiele-Serien. Es ist halt einiges möglich. Es kann auch sein, dass Tiger Woods PGA Tour... Das ist jetzt hier nur als Beispiel drinne. Um halt einfach auch zu zeigen, wie die Seite aussehen könnte. Könnte auch eine Spiel-Serie werden. Es könnte auch ein ganz anderes Spiel werden. Einfach mal gucken. Battlefield 3. Wie gesagt, also... Falls ihr da irgendwelche speziellen Wünsche habt, meldet euch einfach. Schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr den neuen Kanal abonniert. Und auch weiterhin so fleißig dabei seid. Vielleicht noch ein bisschen fleißiger als auf dem alten Kanal. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Was weiß ich. Und wir sehen uns auf dem neuen Kanal wieder. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüssi Kurski.